Hallo, ich bin Elias Mbarek und ich spreche im Film Paddington 2 wieder einmal den tollpatschigen und liebenswerten Bären. Paddington ist bekannt dafür, dass er sehr höflich und gut erzogen ist. Also wenn ihr Tipps auf dem Gebiet der guten Manieren braucht, dann bleibt hier auf dem Kanal der YouTube Kids App.